einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu um neun angezockt wir wollen heute mal ghost runner anzocken da bin ich ja schon eine ganze weile heiß drauf weil die ersten bilder und videos was ich dazu gesehen habe sahen richtig geil aus und das war ja eigentlich nur wenn ich mich recht erinnere von einem einzelnen ein projekt auf steam und er hat sich eine spiegelfirma gemeldet und gesagt ja komm mach mal wir geben die die dafür hat ein bisschen was von dr oktopus oder sehr geil aus aber wir machen mal weiter wir wollen ja selber zocken einstellungen untertitel an audio musiklaut stärke ich will trotzdem noch ein bisschen laut aber naja ok ich müsste das doch aber gar nicht anschauen oh da ändert sich was guckt euch mal unten bei der hand die pfütze an raytracing wird mit dazu gescheitert also so ist es an also jetzt verstehe ich jetzt nicht raytracing ist jetzt an und das spiegelt sich aber nichts in der pfütze so ist es aus diese option schaltet raytracing reflektion an und aus nur verfügbar wenn ein performance modus aus ist ich lasse den performance modus mal aus aber ich habe keine 120 fps aber das mit dem raytracing reflektion an oder aus das sind keine das sind welche das sind keine wir machen mal auf an mal gucken kampfunterstützung hoch ich brauche hilfe ich habe auch viele sprachen mit bei die 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 das für die 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 kita They are already looking for you. Das war mit der Monitorisierung. Das ist viel korrigiert. Aber was ist denn? Keymaster has won. A Trespasser spotted at Metro Station. This is bad. You'll have to fight your way out of here. I can't press it. I can't press it. The air ducts lead to another sector. Okay. So schnell die Dinger sind nicht meins. Bist du blöd oder was? Bist du doof? Bist du doof? Bist du blöd. Also ich soll hier hin, dahin, Und hier hin. Das ist Sprengen! Ich bin zu blöder oder was? Ah jetzt! Ach, ich meine Scheiße! Die Sprengenzeichen Ich muss die Sprengenzeichen in den Luftraum. Ja! Ach, jetzt ist Feinchen Tasten gedrückt! Ich bin zu blöd dafür! Das ist mir auch zu schnell mit dem... Ich muss mal gucken, ob ich die Steuerung anpassen kann. Das ist mir zu schnell mit dem... Gameplay... Kamera wackeln niedrig... Aus... Kamera unterstützung hoch... An... Ja... Video... Sichtfeld... Entfindlichkeit... Oh... 20... ... 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 the pipes to get out in the open use the services to your advantage slide to gain speed the sewage the sewage the sewage the sewage Ah! Mist! Ach, zu weit! Da war noch einer! Ist doch nicht! Fuck! Ich wollte mich verarschen! Oh, fuck you! Mehrere Leute! Zwieher hintereinander nochmal, wenn ich jetzt nicht geguckt habe Oh! Ah, fuck! Falsche Richtung gekommen! Mist! Und zack, 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 zack! Und da war noch... Missed! Fuck you! ... 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 Ich hab doch gedrückt! Alter, willst du mich verarschen? Nicht dein Ernst! Hörst du mich verarschen oder was? Ja! 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 Was kann ich erzählen hier?! Dome on lockdown! Ja! 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 Ach Mensch, ist ja ganz woanders in mir guckt. Was ist das? Wo war der? Und nicht dein Ernst. A trespasser spotted in the area. A trespasser spotted in the area. Oh, fuck, du Scheiße. Oh, leck mich doch. Oh, okay. Oh, okay. Astonish. A trespasser spotted in the area. Oh, fuck, du Scheiße. Oh, fuck, du Scheiße. Oh, fuck, du Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck, du Scheiße. Oh, fuck, du Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck, du Scheiße. Ach, Mist. Oh, fuck, du Scheiße. Tenants found outside their homes will be considered part of the rebel forces and treated as such. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, Mensch. All tenants are to remain in their homes. Missed. Missed. All tenants are to remain in their homes. All tenants are to remain in their homes. Come on! Fuck you! Get ready! All tenants are to remain in their homes. So, we're going to get ready. Let's go! Let's go! Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Okay. Wie sieht es mir in der Kamera so verruckelt? Verruckelt, verzuckelt. Automatisch. Automatisch ist zu hell. Aber ein bisschen dunkler. Alter! 83 Tode! Alter! Alter! Das ist schon... Das ist... Es macht... Es macht Spaß. Ah, jetzt haben wir... Also, äh... Meine Reaktionszeit ist dafür einfach... Bescheiden! Ich musste mir auch das... Die Analog Sticks, also hier die Schwindigkeit, musste ich mir runter regeln. Das war mir zu schnell. Ich denke mal, viele von euch werden damit klarkommen. Es macht Spaß! Aber es ist schwer. Es ist schwer. Vor allem mit so langsamen Reflexen wie bei mir momentan. So, jetzt... Wir sind jetzt auch... Wie lange sind wir jetzt schon dabei? 33 Minuten, würde ich sagen, für ein Angezockt reicht das auch erstmal. Damit ihr euch ein Bild drüber machen könnt. Was ich gut finde, ist... Wie eben, wir hatten mehrere Möglichkeiten. Also, wo wir jetzt das letzte Mal waren, wo wir die Blätter ausschalten mussten. Gehe ich links lang, gehe ich rechts lang. Gehe ich halt davor, nochmal durch die Mitte und dann so oder wieder zurück. Also, wir können uns da unseren eigenen Weg zusammen basteln, wie wir am besten vorankommen. Wie es für uns am besten ist. Also, basteln nicht, aber halt zusammenlegen. Finde ich saugeil. Jetzt haben wir hier noch einen Enter-Haken. Aber meine Reaktionszeit ist dafür leider nicht gut genug. So. Das soll es auch soweit gewesen sein. Finde angezockt, dass ihr mal rin gucken konntet. Ähm... Grafik ist... Sieht sehr gut aus. Sound sieht auch sehr gut aus. Kann ich ja mal ein bisschen rin gucken. Also, die Musik kommt auch richtig cool. Und so, auch mit Licht und so, sieht alles wirklich sehr stimmig aus. Kann man nicht meckern. So, aber nichtsdestotrotz... Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odi.